Catania ist das beliebteste Baumwollgarn und das seit über 30 Jahren. Hi, ich bin Barbara von Schachenmayr und ich zeige euch jetzt unsere neuen Catania Boxen. Catania bietet eine wahnsinns Farbvielfalt von 100 Farben und weil man sich da eigentlich kaum entscheiden kann, was die richtige Farbe fürs Projekt ist, haben wir einmal Catania in 20 Gramm Knäuel entwickelt und wir haben diese 20 Gramm Knäuel eben in die Catania Boxen gepackt, zum Beispiel hier in dieser Variante mit 25 Farben in je 20 Gramm. Die erste Variante, die ich ganz gerne zeigen möchte, ist diese hier mit 25 Farben und eben den 20 Gramm Knäuel pro Farbe da drin und die haben wir zusammengestellt, um daraus ganz niedliche Puppen zu machen. Das sieht dann eben so aus, das hier ist die Puppe Nummer eins und das hier die Puppe Nummer zwei, die man daraus machen kann, die hier mit diesen niedlichen gelockten Haaren und noch einem Haarband, was man übrigens rausnehmen kann, wenn man möchte und die Puppen kann man eben auch so nett ankleiden. Also die hier hat jetzt diese Jeans-Latzhose an, die ganzen Modelle, die man anfertigen kann zum Ankleiden sind natürlich gehegelt, so wie die Puppen auch. Wir haben zum Beispiel auch noch so niedliches Kleidchen dazu, wir haben noch ein weiteres Sommeroutfit mit dieser süßen Short und den Blümchen drauf. Also da haben wir ganz viele Varianten angefertigt. Dazu gibt es auch die Anleitung, die in der Box drin ist und man kann natürlich aber auch ganz eigene Sachen machen. Ein weiteres Feature, was diese Püppchen mit sich bringen, ist, dass sie eben ein Draht eingebaut haben oder innen drin haben und dadurch kann man die bewegen, wie man möchte. Man kann sie dadurch einfach auch schön platzieren, drapieren und auch für Kinder ganz nett, weil man einfach schön damit auch spielen kann. Neben der Variante für diese süßen Püppchen haben wir auch noch eine weitere Box entwickelt für Weihnachten. Da sind Deko-Modelle drin, auch wieder alles zum Häkeln für den Weihnachtsbaum, aber eben auch für Geschenkanhänger. Der Aufbau ist genauso wie bei der Püppchenbox, das heißt wir haben 25 Farben mit jeweils 20 Gramm Knoll dabei. Wenn wir jetzt die Sammelleidenschaft geweckt haben, bieten wir für all die Catania Fans auch noch die großen Boxen an. Da sind 50 Farben drin insgesamt, natürlich auch in den 20 Gramm Knoll und die gibt es einmal als die Variante mit den leuchtenden, strahlenden Farben und eine Catania Box mit 50 Farben, die eben eher so ein bisschen zarter, ein bisschen pastelliger sind. Wenn man beide Boxen kaufen würde, hätte man die komplette Farbrange von 100 Farben, also die Farben doppeln sich nicht, die da drin sind. Jetzt wünsche ich ganz viel Spaß beim Handarbeiten und ihr könnt euch sicher sein, da wird noch mehr kommen. Seid gespannt! Musik 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 Musik